Wenn auch du jemand bist, der gerne zu Hause ein paar Übungen machen möchte, um fit zu bleiben, dann habe ich eine Empfehlung für dich. Und zwar so ein ganz klassischer, gewöhnlicher Gymnastikball. Haben einige vielleicht noch irgendwo zu Hause im Keller vergraben? Wenn nicht, kriegt ihr so einen natürlich auf myprotein.de. In diesem Video hier seht ihr jetzt eine Übung, die ich mit diesem Ball umsetze. We will fight for the rhythm of our life, and we'll always keep on dancin'. We are breathing, we are breathing in love. We're fighting for love tonight. We're fighting for our love tonight. We're fighting for our love tonight. Tonight we will fight for the right to stay in light. Cause you know we live for the music. We are breathing, we are breathing in love. Tonight we will fight for the rhythm of our life, and we'll always keep on dancin'. We are breathing, we are breathing in love. We're fighting for our love tonight. Tonight we will fight for the right to stay in light. Cause you know we live for the music. Cause you know we live for the music. We are breathing, we are breathing in love. We are breathing in love. Tonight we will fight for the rhythm of our life, and we'll always keep on dancin'. We are breathing, we are breathing in love. We're fighting for our love tonight. We are breathing in love. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, mein kurzes Homeworkout-Video hat euch gefallen und vielleicht ein paar neue Inspirationen und Ideen gegeben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Umsetzen.